Hallo und herzlich willkommen zu diesem Plus Livestream. Hallo auch an meinen neuesten Plus Mitglied, also an mein neuestes Plus Mitglied, nämlich an den Ernst. Das ist übrigens auch genau ein Thema, das von Ernst gekommen ist. Es geht nämlich heute darum, wie man Logos in Photoshop erstellen kann, diese danach in Lightroom Classic als Wasserzeichen verwenden kann und worauf man dabei aufpassen soll. Prinzipiell ist es nämlich so, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, wenn man es kann und die Skills hat, dass man die Logos in einem Vektorbearbeitungsprogramm erstellt, nämlich namentlich in Adobe Illustrator. Falls man jetzt aber quasi als Fotograf unterwegs ist und sich sein eigenes Wasserzeichen erstellen möchte, also sein eigenes Logo oder vielleicht ein Logo, das man schon bekommen hat, für ein Wasserzeichen umbauen, dann ist das jetzt ganz genau der richtige Livestream. Hallo an Styria Speed, grüß dich in die Steiermark und dann würde ich einfach mal sagen, ich mache da mal so den offiziellen Part, das ist sozusagen so das Intro, wie gesagt Plus Livestream, der ist jetzt kostenlos, solange er jetzt live ist. Danach nur mehr für meine Plus Mitglieder im Zugriff. Wer bin ich für die, die es noch nicht kennen? Ich schalte da mal um. Mein Name ist Martin Dörsch und ich habe eben hier jetzt auf YouTube einen YouTube-Kanal, wo ich verschiedenste Themen quasi abarbeite und spezialisiert, beziehungsweise spezialisiert, als speziellen Service habe ich eine YouTube-Mitgliedschaft und bei dieser YouTube-Mitgliedschaft, bei dieser Plus-Mitgliedschaft gibt es im Wesentlichen Themen zu Lightroom, also Lightroom Classic, zu Photoshop und zu DaVinci Resolve. Also alles, was man als Fotografen, Fotografin heutzutage so braucht oder verwenden wird. Ich habe den RAW-Editor, die Bildbearbeitung im Pixelraum, also Photoshop und danach das Bewegtbild, also DaVinci Resolve. Wenn du Informationen dazu haben willst, schau einfach auf meine Webseite martindörsch.at slash plus und da siehst du dann auch, auf quasi welche Videos schon aufgenommen wurden sind und da sind schon wirklich einige dabei. Zum Beispiel beim heutigen Training, wo es eben um Logos erstellen in Photoshop geht, ist das, also wahrscheinlich eines der ersten Trainings, DPI, Pixel und Co. Sehr, sehr interessant, weil man dann weiß, welche Auflösung einfach wichtig ist oder sinnvoll ist. Genauso gibt es dann den Part Lightroom-Frienden, heißt das Training, glaube ich. Und hier bei Lightroom-Frienden habe ich gezeigt, wie du quasi Lightroom so anpassen kannst, dass es genauso ausschaut, wie du es haben möchtest. Und da kannst du nämlich auch das Wasserzeichen verwenden und oben in der Erkennungstafel reingeben. Das wird auch da erklärt. Genau. Und dann, was gibt es noch zu sagen? Generell würde ich mich immer darüber freuen, wenn du mir quasi einen Gefällt-mir-Button da lässt, also ein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst, denn dann bekommst du auch als Nicht-Plus-Mitglied eine Notification, wenn ich einen Plus-Livestream mache und kannst dann quasi kostenlos dabei sein. Also in dem Livestream, also genau jetzt in dem Plus-Livestream, ist nämlich alles drinnen. Da halte ich jetzt gar nicht zurück. Für alle, die zuschauen wollen oder zuschauen können, ist das jetzt quasi möglich und kostenlos, um dabei zu sein. Genau. Wenn du mehr Infos zu mir haben willst, Martin Dörscher, T. ist meine Webseite, da findet man dann alles so rund um mich und meine Arbeit. Na cool. Dann würde ich einfach mal sagen, wir starten ins Thema, nämlich einmal zuerst in Photoshop und schauen uns in Photoshop an, wie wir, da muss ich mal schnell auf Fullscreen drücken, wie wir Logos in Photoshop erstellen und in Lightroom Classic als Wasserzeichen verwenden können.